Yo Leute, hier sind Jiggy, Jai und Duki und wir sind hier bei Brain Jam TV. Wie würdet ihr euren Neon Sound beschreiben oder erklärt sich das von selber? Ja, also Neon Sound, was heißt Neon? Wir vereinen halt dieses typische Hip-Hop, R'n'B Ding mit elektronischer Musik. Wie auch ein bisschen Drago, jetzt nicht nur mit Dubstep, aber allgemein diese House-Elektro-Schiene. Die vereinen wir halt ein bisschen damit. Weil normalerweise, wenn du in den Club gehst und dann irgendwie jetzt so ein Hip-Hop-Lied spielst, wie du das hier spielst, kannst du dich machen. Weil dann sagen die nach fünf Minuten oder nach zwei Minuten, ja, geh nach Hause. Weil die Leute wollen im Club tanzen und wir versuchen, unsere Tracks halt so auszulegen, dass sie auch ein bisschen dazu tanzen können und abgehen können. Und das klappt eigentlich ganz gut. Darf man sich das bei euch klassisch vorstellen? Ihr pickt euch Beats oder habt ihr nur Drago, der am Start ist oder auch der DJ von Daffy? Also der DJ von Daffy produziert auch für uns. Der schickt uns ein paar Beats rüber. Drago natürlich auch. Und sonst haben wir halt an deiner Seite, Song League heißt die. Da kaufen wir uns die Beat halt als Exkursiv. Und dann, ja. Du bist da, wenn ich mal unten bin. Erkenne dich sofort unter Hunderten. In deiner Welt bin ich mehr als nur für Stunden drin. Und du bist die, die mich nach stressigen Tagen wieder runterbringt. Also trotzdem aber immer noch CD an auf die Bühne und Mics an und let's go. Ja, also das ist schon, also wir gehen jetzt halt nicht nur auf die Bühne und machen da irgendwie unser Programm, sondern wir haben da auch schon so eine richtige Show mit, keine Ahnung, mit Masken und blinkenden Sachen und all so im Scheiß. Genau, also es ist schon richtig, wirklich so eine Show, wirklich ausgebaut mit Zwischenpassagen, dass wir irgendwie die Leute ein bisschen anspornen und sowas. Schau mal mit Zauberer. Ne Homo. Genau, also Zauberer hatten wir auch schon dabei. An dieser Stelle Promo für Jeff the Fire aus Kiel. Kennt ihr vielleicht, Leute. Also auch ein sehr guter Zauberer. Hey, der ist so famegeil, Alter. Ja, nein. Jeff the Fire ist gut. Ja, und genau, der war auch schon ein paar Mal dabei und das ist halt immer ein sehr, ja, einfach eine coole Show und die Leute fangen wir, in den meisten Fällen fangen wir die Leute. Verstehe ich richtig, ihr fokussiert erstmal auf die Diskotheken? Ja, also mit dem Album habe ich eh jetzt gedacht, so dass wir das Album extra machen, um Diskotheken anzusprechen, um dann halt so unsere Show da durchzuziehen und so sind auch die Songs halt entstanden, so weißt du. Wie sind die Aufgaben bei euch verteilt? Ja, also die Aufgaben sind eigentlich so verteilt, Jiggy ist so eher der Schreiberling, er schreibt die meisten Texte. Ich bin dann immer so noch für die Details da, ja, machst du mal alles so, ja, okay, ich mach fertig, mach fertig und dann sag ich dann noch, okay, lass doch nochmal ein bisschen nochmal drüber schauen, nochmal perfektionieren. Ich bin nur so der Perfektionist uns beiden und ja, dann das ganze Artwork und Videoproduction und sowas, das geht dann auf meine Kappe und ja, das verteilen wir nicht ganz gut. Wir sind halt bei ihm zu Hause in meinem Studio, das läuft ja nicht. Also die Klamotten da hinten, die man sieht, die Klamotten, wir haben jetzt auf Sylt jetzt einen Fashion-Deal, den wir jetzt bald unterschreiben werden, auf Volusian Sport heißt der Laden und die werden dann auch so auch die Klamotten vertreiben und dann auch andere, die hat auch hier der junge Herr irgendwo an. Aber das sind dann halt verschiedene Logos hier, Choose Love oder... Auch dieses Ghetto-Ding? Das Ghetto-Ding wird aber nur auf Anfrage gemacht, also das ist jetzt nicht so, dass wir das da irgendwo liegen haben müssen. Macht ihr das alles selber oder habt ihr Leute... Das kostet so viel Geld, ja, das machen wir alles selber. Das ist der Typ, der das auch alles mitfinanziert und ich. Okay. Genau. Und ja, also da kommen immer, wenn dann, kommen Mails rein und die fragen dann halt an, ob die so einen Lacken haben wollen. Leute, viel Spaß und Lack out. Für Erfolg weiterhin. Für Erfolg. Für Erfolg auch. Cut.